Was hat mich am Flughafen beeindruckt? Es hat mich schon am Flughafen beeindruckt, weil ich wurde empfangen als Gast und nicht nur irgendwie als Kunde oder Patient. Also ich schätze es so ein, ich bin hierher gekommen ohne Erwartung. Ich habe gesagt, ich schaue mal, mal schauen, was es überhaupt ist, denn da rein. Und dann war ja der erste Untersuch, was mich schon überrascht hat, dass ich komplett ausgemessen und alles. Und dann erst ein Beratungsgespräch stattgefunden habe. Und es wurde mir auch als Laie so erklärt, dass ich es verstanden habe. Deshalb habe ich mich von der Seriösität überzeugt. Es ist immer wieder das offene Gespräch. Also es wird mir immer erklärt, was gemacht wird, weshalb, warum. Und es wird hier in kurzen Abständen sehr viel gemacht. Das heißt, du kommst einmal, bleibst fünf Arbeitstage hier. Und dann haben wir wieder einen Abschnitt gemacht und dann ist wieder eine Pause. Gehe ich in der Schweiz zum Zahnarzt, dann gehe ich drei Jahre zum Zahnarzt mit grossen Abständen und bin noch nicht so weit wie jetzt mit einem Besuch. Also ich bin ein sehr großer Angstpatient, gebe ich zu. Große Klappe, nichts dahinter. Und es klingt vielleicht blöd, aber ich gehe mittlerweile gerne zum Zahnarzt, weil ich hier so behandelt wurde. Als Abschluss, also ich komme zwei Wochen nach Bulgarien, nach Varna, schaue mir das Land ein bisschen an und nebenbei sind meine Zähne noch richtige. Enjoy.